Und herzlich willkommen hier zum Grand Prix China. Hier sehen wir Vivian Volk im Bild. Vivian Volk ist momentan auf Platz 3 liegen. Gute Position für Seat. Und heftiger Unfall! Das war böse! Hier sehen wir es nochmal. Meine Güte, diese Pendelbewegung. Und das ist wirklich ganz schlecht gelaufen hier. Die muss hier irgendwie auf die Leitplange gekommen sein. Hier sehen wir es nochmal on board. Ne, ganz nochmal. Und dann knallt sie witzig in die Leitplange. Da muss irgendwas an der Lenkung kaputt gewesen sein. Auf jeden Fall ein sehr heftiger Unfall.